UNTERTITELUNG Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Colini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp drei Monaten. Du hast ja einen großen Auftritt vor dir. Nicht zu übertreiben, meine ich. Immerhin hat der Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas für ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht. Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wo er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Jungen im Hof. Ich kann meine eco- Shopify-Ausmer. Wenn Sie das denn da wollen. Beide entering. Mat cierange reden. Ich versuche mir, da sei doch nichts zu mir schütternisch.